Hey Leute, was geht? TG7 ist wieder back am Start für euch, diesmal mit einer Runde Solo gegen Squads auf One Dead. Ich habe 47 Kills mit der TR Geist und der MP5 gedroppt. Ich würde es sehr freuen, wenn du ein Like, Kommentar oder Abo dalassen könntest für den Algorithmus. Gönn dir das Gameplay. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Mein Jaco Bro, wie geht's? 1,43 Average KD. In Warzone 1 hätte man sich darüber beschwert, dass wir, glaube ich, 1,43 Average hatten. 1,43 Average KD. 1,43 Average KD. Good Kill. Marking the rest of that squad on your attack map. Get hunting. Et in GECO, je zizza es Matte sein Gerr 뒤에. Finnlay danke dir, weiß nicht. Huh? Einfach genial, wie du spielst, Panicher, ich weiß das, selbstverständlich, danke dir. Fertig, sag ich natürlich, es wäre wegen ihm genauso, nicht anders. Nope. Oh, there we are. Alles klar alle? Bei mir ja, ich hoffe bei dir auch. Lasso, ich danke dir für den Follower, bro. Dankeschön, komm stream. Gold unlocked, geil. Das gibt es jetzt nicht. Ich bin nicht so gut, sonst würde ich mir eine Waffe empfehlen, die Lachmann 556, die TR oder die Kostoff 762. Hm, hm, hm. Das ist jetzt nicht so gut, ich bin nicht so gut, ich bin nicht so gut. Was ist das? Let's go, Digga! Heilige Scheiße, Bro! Fucking hell, Mann! Eieieieiei... Digga... Ah...